Was ist in der Hypnose? Wir können sehr unterschiedlich sein und es ist eben total faszinierend, was die im Gehirn auch machen und natürlich auch in der Leistung. Also wir hoffen natürlich in unserer neuen Studie zu finden, dass es wirklich in der Gedächtnisleistung, also wirklich Erinnerungsleistung messbar ist, dass das verbessert ist. Und genau, die Anwendungsmöglichkeiten sind breit gestreut, also von Leistungsverbesserung zu Grundlagenforschung, zu einfach generell Mechanismen dieses Zustands, auch dieses Bewusstseinszustands der Hypnose. Wie kommt man dann dazu, dass die Suggestionen so gut wirken und so. Das ist, was mich interessiert. Was ist in der Gedächtnisleistung? In Kraft treten, die nicht so leicht einzuhalten sind. Wir sind dabei, ein Hygienekonzept zu entwickeln. Das war aber nicht so schnell fertig oder ich konnte nicht damit rechnen, sodass wir das jetzt als Online-Studie durchführen. Und genau, das ist jetzt, aber das hat natürlich auch verschiedene Vorteile, weil dadurch, dass wir jetzt nicht ein Labor haben, wo wir das durchführen, sondern das können die Leute wirklich alleine zu Hause machen. Wir können also im theoretischen Fall alle gleichzeitig mitmachen und wir können einen zweiten Testtermin einführen, der eine Woche später stattfindet, ohne dass ich jetzt hier die Laborkapazitäten erstmal testen muss oder alles vorbelegen muss und so weiter. Genau, und da es ja ein Maß ist, diese Erinnerungsleistung, die nicht so leicht zu verfälschen ist, also es ist jetzt nicht so subjektiv. Ich meine, ich erinnere mich an ein Wort oder nicht. Und dadurch haben wir eigentlich schon einen ganz guten Marker für das, was wir messen wollen und hoffen eben, dass das könnte eine Pilotstudie sein für weitere Studien, die wir vielleicht im EEG-Labor machen oder auch weiterhin online. Weil natürlich die Breite der Anwendung ist natürlich dann noch viel größer, weil ich muss jetzt nicht wirklich da persönlich anwesend sein, sondern ich spreche den Text ein. Und das ist natürlich unfassbar viel weniger Aufford. Genau, also ich bin jetzt wirklich gespannt, ob das funktioniert, weil wir haben es jetzt heute fertig gemacht und ja, also ich bin nicht persönlich da. Es ist also quasi die Person, das Hypnotisierenden ist nicht persönlich anwesend, sondern die ist quasi nur, die Stimme ist aufgenommen. Natürlich ist es meine Stimme und die Leute kennen mich, die ich jetzt da in die Studie einschließe. Aber es wäre natürlich interessant, das dann weiterzuführen und sagen, okay, jetzt nehme ich Leute, die mich nicht kennen und schaue einfach, ob diese Suggestion da auch funktioniert. Was es eben schon gibt, ist, dass es so MP3-Interventionen bei Intensivstationspatienten gibt und die haben halt auch einfach einen Ohrenstöpsel reinbekommen und haben also eine signifikant reduzierte Liegedauer, weniger lange Beatmungszeit und so weiter. Also das macht schon mal viel Hoffnung, dass es geht. Ich habe es jetzt noch nicht selber ausprobiert, aber das ist jetzt quasi ein ein bisschen erzwungener neuer Schritt, den ich aber dann bestimmt auch nutzen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.